Wir freuen uns sehr, dass wir heute den neuen Radweg hier von Karum nach Höhne einweihen können und die sanierte Straße. Die Straße war in einem sehr schlechten Zustand und man hat sie als eine der schlechtesten Kreisstraßen im Landkreis Vechter bezeichnet. Der Grunderwerb hat uns zunächst ein bisschen Schwierigkeiten bereitet und insofern hat das alles etwas länger gedauert. Aber jetzt sind wir froh, dass wir die Straße und den Radweg insgesamt fertiggestellt haben. Investiert haben wir zwei Millionen Euro etwa. Die Schlussrechnungen sind noch nicht alle da und ich glaube, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wir wollen den lieben Gott bitten, dass diese Straße wirklich ein Segen wird. Ein Segen ist und ein Segen wird für alle, die diese Straße benutzen und die um diese Straße herum wohnen.